Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ArchieGaming, Flood am Start, heute mit einem separaten Bonus-Upload und zwar geht es heute mal wieder um mein Team. Vor dreieinhalb Wochen habe ich euch ungefähr schon gezeigt, wie mein Team aussieht, meine Taktik und so weiter und so fort und da gibt es jetzt neue Updates bzw. Upgrades für das Team. Das gehen wir heute on Detail einmal gemeinsam durch. Ich werde euch insgesamt mal ein bisschen den Verein von mir sozusagen zeigen, meine Road to Glory. Wie sieht sie aus, wie sieht das Team aus und wie spielen wir das Ganze dann auch in-game. Also, let's go und rein ins Video. Updates! Soll ich den 19 Uhr Content nicht aufnehmen, wir werden das morgen separat in dem Video nochmal bequatschen. Es wird wahrscheinlich morgen wieder einen Mittag-Upload geben zu den FC Fantasy Upgrades und da gehen wir dann mal kurz auf den heutigen 19 Uhr Content, der wahrscheinlich eben schon gekommen ist, eben drauf ein. Morgen geht es auch wieder dann offiziell weiter mit dem 19 Uhr Content, das schon mal kurz vorweg. Aber heute soll es, wie gesagt, mal wieder um mein Team gehen. Jetzt fragen die einen oder anderen, warum denn schon wieder um dein Team? Ich habe es euch versprochen und ihr habt auch Bock drauf auf das Ganze. Ihr habt, wie gesagt, kommt, bringt das doch mal ein bisschen regelmäßiger mit deinem Teams und mit Taktiken alles schön und gut. Ja, und das bringe ich, wie gesagt, jetzt immer monatlich einmal. Das ist auf jeden Fall mein Plan mit dem Team Upgrade. Und vielleicht könnte es auch heute was interessant werden, eben vorm Team of the Season. Die Frage ist ja, wann kommt das Team of the Season dann um die Ecke? Und vielleicht können wir uns heute dann nochmal explizit mein Team Stand jetzt Status Quo eben anschauen. Also, kurz vorweg, für alle, die neu sind sollten, wie sieht es aus? Wir haben hier eine Road to Glory, eine First Owner Pack, Road to Glory oder wie man es auch immer nennen möchte. Auf jeden Fall nur die, die ich ziehe und die untradable sind, die kann ich quasi in meinem Squad zocken. Ich gehe nicht auf den Transfermarkt, kaufe mir XY Spieler und kaufe den dann, um ihn dann zu spielen. Ja, sondern ich mache wirklich nur untradable. Das heißt, SPCs, die ich untradable, dann abschließe und so weiter und so fort. Und als auch, wie gesagt, Spieler, die ich aus Packs untradable ziehe, die kommen rein in den Verein. Ja, der komplette Road to Glory, kein Echtgeld ist da investiert und das vielleicht kurz vorweg. Wir starten einfach mal rein. Das ist nämlich meine Formation 424, wie wir immer rein starten in das Game. Ihr wisst ja Bescheid, dass meine Lieblingsformation dieses 4222 ist mit den beiden äußeren ZOMs. Und da switche ich dann auch hin. Da kommen wir aber gleich noch weiter hin, Freunde. Ich würde sagen, wir fangen jetzt auf ganz entspannter Weise an. Und zwar mit der Torwart-Position. Denn da hat sich auch tatsächlich schon etwas verändert. Und ja, wie soll ich sagen, Freunde? Torwart hatten wir ja zuletzt noch Courtois drin. Den haben wir auch immer noch, nach wie vor. Neben Donnarumma hier auf der rechten Seite unter meiner Facecam. Donnarumma witzigerweise übrigens jetzt auch als Team of the Week vor kurzem gezogen. Ja, aber frisch oder jetzt aktuell neu dabei ist eben Louris, ja? Ihr habt es teilweise auch ins letzte Video geschrieben. Und ich habe auch im letzten Video gesagt, okay, ich bin mir da nicht 100% sicher. Ist es Courtois? Soll ich Courtois reinstellen? Oder eben Louris? Und habe damals noch gesagt, okay, Courtois-Link brauche ich noch, um eben dann den Alaba und eben den Modric-Link eben reinzuholen. Stand jetzt ist Louris im Tor. Und wir gucken mal rein. 177 Games jetzt auch schon gezockt. Ja, was waren da? 20 Games vielleicht vorher drauf, 30 Games vorher. Und jetzt in den dreieinhalb Wochen einige Games gezockt. 177 Spiele auf jeden Fall stand jetzt gezockt. Kommen wir zu der Verteidigung. Und auch da hat sich wieder einiges verändert. Auf der rechten IV-Position, da hat sich tatsächlich nichts großartig geändert. Da gehen wir dann nach wie vor mit Akanji in Rot. Und auf der linken IV-Position, da bleibt es auch dabei, nehmen wir Alaba mit. Ja, beide ja Rot gemacht. Ich bin zufrieden mit den Innenverteidigern. Und ja, ihr könnt es jetzt eben sehen. Ich packe ihn nochmal kurz hoch. Auf der Innenverteidiger-Position haben wir natürlich jetzt auch einige Alternativen. Auch das Fantasy-Upgrade sind, die wir reinpacken könnten. Marquez sieht der unter anderem schon. Ja, Kohle haben wir die eine Version auch gezogen. Die haben wir nicht genommen für die Evo. Marquez habe ich dann für die Evo genutzt. Wir haben hier Nesta zum Beispiel gezogen. Aber ganz ehrlich, Friends, die Bewegung von Balance, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ich habe den paar Games jetzt mal probiert. Es klappt einfach vorne und hinten nicht. Nein, danke. Kalawaro, okay, dann mache ich auch noch die SPC theoretisch. Aber ich bin mit den beiden Innenverteidigern, mit Alaba und mit Akanji, stand jetzt wirklich sehr, sehr zufrieden. Jetzt die letzte Weekend League, die ich gezockt habe, weil ihr werdet gleich noch sehen, wenn ich den einen oder anderen rot machen. Deshalb bin ich ja diese Woche wieder in den Weekend League gegangen. Habe fast die 14 Siege geholt. 13 Siege. Das letzte Game war ein bisschen tricky. Aber wie gesagt, 13 Siege habe ich da geholt, weil ich einfach da wieder den roten Player-Pick eben holen will. Und es hat wunderbar funktioniert. Also ganz entspannt jetzt in zwei Tagen die 13 Siege geholt, ohne irgendwie krampfmäßig sich anzustrengen. Und das ist einfach das Schönste. Und deshalb liebe ich auch gerade aktuell diesen Squad. Auf der Rechtsverteidiger-Position, da hatten wir zwei unterschiedliche Positions oder Änderungen. Wir hatten welche Änderungen erstmal dann auf Cafu. Und der ist aber jetzt aktuell gar nicht mehr da. Ja, wir können mal gerade gucken. Cafu hat gespielt. Und zwar insgesamt 162 Games. 16 Torvorlagen, zwei Tore selber gemacht. Aber James, die SPC kam ja raus. Meiner Meinung nach must have SPC. Und die haben wir dann auch gemacht. 55 Spieler tatsächlich schon gezockt. Und auch acht Torvorlagen beigesteuert. Vier Sterne, fünf Sterne. Er gefällt mir auch richtig gut auf der rechten Seite. Und den will ich auf jeden Fall auch Stand jetzt nicht mehr missen. Dann wird es interessant auf der Linksverteidiger-Position. Denn ja, was soll ich sagen, Freunde? Wir haben tatsächlich Rolfö eingebaut bekommen. Und ja, ihr wisst ja Bescheid. Wir hatten da Udo G. beim letzten Mal noch. Ja, beim letzten Video. Und das hat sich jetzt eben geupgradet. Rolfö hat die Upgrades bekommen. Insgesamt maximales Upgrade auf die 93. Ich habe die SPC noch gemacht. Da lief sie noch sechs Stunden. Am letzten Tag. Und da war schon quasi feststehend, dass sie, glaube ich, auf die 92 direkt geht. Auf jeden Fall war feststehend, dass sie auf jeden Fall nicht verletzt ist. Und die SPC ging nur ein paar Stunden. Und dann habe ich sie ready to go gemacht. Ja, und das war eine absolut richtige Entscheidung, muss man an der Stelle sagen. Weil man kann sie halt eben auch zentral spielen. Ich spiele jetzt auf der Linksverteidiger-Position. Man könnte sie auch erst mal in ZM stellen. Kommen wir aber gleich dazu. Vier Sterne, fünf Sterne. Eine absolut geisteskrankt gute Karte. Und wirklich alle die Leute, die ihn nicht gemacht haben, es tut mir wirklich leid. Es ist einfach eine geile Karte. Es ist einfach eine geile Karte. Und ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht dann auch auf der Linksverteidiger-Position nicht verbleibt. Sondern vielleicht sogar das Mittelfeld oder Offensiv mal eingesetzt wird. Oder im Worst-Worst-Worst-Case irgendwann mal auf die Bank verschwindet. Aber ich habe sie jetzt mal eingebaut bekommen. Natürlich mit einem Manager, zu dem wir dann später kommen. In der Zeller-Position. Da hat sich im Vergleich zum letzten Mal nichts verändert. Für die Leute, die neu sind, wird es sich jetzt vielleicht wundern. Wir haben da Sauer, die seit dem Team of the Year, als die SPC da war, eigentlich Platz gefunden hat. Und dann kommen wir zu einer Karte, die wir als, ja, gefühlt allererstes hatten. Nicht nur gefühlt, sondern wirklich aus einem 75-Plus-Pack gezogen haben. Und das ist Modric. Den haben wir ja dann relativ schnell, oder als erstes rot gemacht. Ja. 981 Games hat er gezockt. 45 Tore, 146 Torvorlagen. Modric gefällt mir nach wie vor. Und ja, wir kommen auch gleich noch zu Alternativen. Auf der ZR-Position. In Bezug auf seine Stats gibt es Stand jetzt eigentlich auch schon bessere. Das thematisieren wir aber dann gleich. Ja, einer von den Main-Charakteren in diesem Verein ist auf jeden Fall dann auch Kreuf. Ja, ohne Wenn und Aber. Geisteskrank. Wir haben ihn gezogen, für die Leute, die es wirklich nicht glauben. Untradable, Erstbesitzer, First Owner. Es ist wirklich ein Erstbesitzer untauschbar. Es ist hier nichts tradable in dem Verein. Kreuf haben wir gezogen und den, ja, Freunde, den haben wir direkt da gezogen, als sie frisch rauskommt. Ich glaube, an den Freitag direkt in der Probo. Geisteskrank. 798 Spiele, 595 Tore, 440 Torvorlagen. Ich glaube, dazu brauche ich gar nichts zu besagen. Und er hat sich ja dann noch geupgradet. Also es hat sich maximal gelohnt. Und wie gesagt, um den, ja, gibt es keinen Vorbeikommen. Bei dem gibt es keinen Vorbeikommen. Das ist einfach Craziness. Ja. Auf der linken Flügelposition, da hatten wir ja nach langer Weise noch Werner. Werner hat sich aber tendenziell jetzt tatsächlich festgespielt hier im Sturm. Und ja, da muss ich vielleicht auch kurz mal ausholen und sagen, okay, warum ist er jetzt hier im Sturm? Also erstmal hat er sich ja noch weiter geupgradet auf die 92. Und was ich auch ganz klar sagen muss, auf der Steuerposition hat er mir am besten gefallen. Auf der linken Flügelposition, beziehungsweise linkes Z-Ton, wo ich ihn dann ingame am Start hatte, lasst mich auch gerne mal eure Meinung dazu wissen. Da war es mir dann so, dass wir im Endeffekt, ja, Latte, Pfosten immer getroffen haben. Ja, für die Leute, die im Stream dabei waren, die wissen Bescheid. Aber im Sturm, im Sturm, unfassbar gut. Und was mir extrem gut gefällt, ist eben die Tatsache, ihr wisst, Stürmer, ich brauche eigentlich Stürmer, die groß sind, die Kopfballstark sind. Er ist nur in Anführungsstrichen 1,80, aber von den Attributen her, Sprungkraft 99, Kopfball ist bei 96, das merkst du, das merkst du. Und der hat so einen guten Kopfball, das hätte ich nie im Leben gedacht, als wäre der 1,90 oder 2 Meter groß. Es ist richtig gut, mit dem Offensiv, vor allen Dingen in der Kombi mit Cruyff, perfekt im Sturm zu spielen. Und die Außen, ja, da bleibt es dann auf der rechten Seite, rechter Flügel, rechter ZOM, dann ingame, ist es dann gleich, oder bleibt es auf jeden Fall gleich. Und zwar haben wir da ja vor kurzem erst sozusagen gezogen, ein Rashford, 182 Games, hat er jetzt schon inne. Ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden mit ihm auf der rechten Seite, 70 Tore, 75 Torvorlagen jetzt. Ich zeige euch gleich noch ein paar Alternativen, und vielleicht habt ihr ja auch ein paar Ideen, wen ich dann mal vielleicht ausprobieren soll. Könnt ihr mir dann nachher in die Kommentare auf jeden Fall reinschreiben. Ja, Freunde, Rashford, zack, knallen wir auf jeden Fall einmal rein. Und dann auf der linken Flügelposition haben wir dann, ja, führe ich nicht als Starter, sondern eben auf der linken Flügelposition auch relativ neu, will ich jetzt mal behaupten, ein Pires, den wir tatsächlich gezogen haben. Zu der Birthday-Promo noch, kurz vor knapp, und das war aus einem 81x2er-Pick, glaube ich, auch richtig, richtig nice. 102 Games hat er erst, 39 Tore, 39 Vorvorlagen. Ihr wisst, ich hatte die Pires Base-Version, witzigerweise, als erster Icon hier auf der Road to Glory gezogen. Und deshalb war es halt maximal witzig, dass wir jetzt quasi das Pires-Upgrade, ohne irgendeine Evo gemacht zu haben, mit der Base-Icon, einfach quasi jetzt wieder zurückbekommen haben. Und der ist natürlich wesentlich besser als die Base-Version. Ja, und Pires hat mir schon immer gut gefallen, also die Base-Version. Und deswegen bin ich einfach happy, dass er dann um die Ecke kam. Und so ist es dann auch entstanden, weil eben Pires von der Position her quasi nur RM, ZOM, linker Flügel, LM hat, dass er ja auf die linker Flügel-Position musste, in Anführungsstrichen. Aber genau das wollte ich mir im Endeffekt ja auch erzielen. Es war eigentlich perfekt, weil Werner konnte ich dann auch endlich als Stürmer eben reinpacken. War perfekt, perfekt, und besser ging es da wirklich nicht. Ja, Freunde, und wenn ihr das Ganze feiert, dass ich täglich für euren Start bin, dann nehme ich euch noch kurz eine Sekunde Zeit. Lasst einen Daumen nach oben da, gerne für alle größten Kommentaren, dann lasst euch gerne auch ein Abo, falls ihr neu sein solltet. Also, das auf jeden Fall jetzt erstmal zum Starter-Squad. So starte ich rein ins Game. Und dann natürlich jetzt die Frage, der fragt, wie sieht es denn eigentlich aus in Bezug auf Auswechselspieler? Auswechselspieler können wir es relativ schnell machen. Auf der linken Flügel-Position haben wir einen Führig, der dann 60. 65. Minute für Pires auf die linkse Flügel-Position kommt. In der Verteidigung, Alaba oder Akanji, entweder einer von beiden oder einer, wenn er gelb hat zum Beispiel, dann wird dort eine IV-Position natürlich eingewechselt. Und das ist Stand jetzt, ich habe mal kurz Orban ausprobiert, ich könnte auch Borgiorno austesten, aber altbekannt, er hat jetzt schon einige Games drin, 250 Games. Ich liebe die Karte einfach nach wie vor. Koulibaly stand jetzt drin. Ich zeige euch gleich noch weitere Alternativen. Und dann in der ZDM-Position haben wir tatsächlich eben schon gesehen, eben die SBC auch gemacht. Und zwar hier den neuen, frischen Marquez, der durch die Evo eben noch ein Plus-1-Update bekommen hat, die SBC gemacht. Und der kommt dann in ZDM, meistens für den Modric, eben dann parallel der Wechsel. Das sind dann drei von den fünf Wechsel, die dann passieren. Und dann kommen noch andere Wechsel. Und da wird es jetzt vielleicht interessant, die habe ich mich jetzt relativ neu, oder habe ich so relativ neu gestartet, diese Wechsel. Denn wir hatten ja vorher eigentlich immer Kay, diese 93er-Version, für eben die Störposition, um eben das eben, erwähnt es schon, mit Kopfbällen und so weiter vorne jemanden dann am Start zu haben. Aber, und jetzt relativ neu, noch am Testen, wenn wir denn so wollen, von Berbatov, der Achtung auf die rechte ZOM-Position kommt, und dann auch frisch gezogen, in der aktuellen Probo, sozusagen, wir gehen runter und weiter runter, und here we go, da haben wir ihn am Start, von Persi, die bessere Version sozusagen. Können wir auch gerade mal mit dem Vertrag noch weiter updaten. Das sind quasi dann die fünf Kollegen, die reinkommen. Berbatov für Rashford, ja, weil er einfach auch 91-Base-Tempo hat und von Persi, eben dann meistens tatsächlich nicht für Werner, sondern eben aufgrund der Ausdauer, leider muss man an der Stelle sagen, weil er ist echt platt, irgendwie, oder relativ platt, oder eher platt als eben Werner, weil er einfach 99 Ausdauer hat. Deshalb eben Kreuf, der dann rauskommt, Berbatov kommt rein, und der bringt eben genau das mit, was ich dann auch eben brauche. Eine Kopfballstärke, eine gewisse Körpergröße, 1,87, neun Sterne insgesamt, ja, und der ist auf jeden Fall auch abschlussmäßig einfach richtig gut. Und Berbatov, der hat mir eigentlich bis jetzt relativ gut gefallen, auf den Außen, ja, auch einfach noch mal ein bisschen dann vorne offensiv was zu haben. Er bringt auch die Körpergröße mit, die ich brauche, 1,89 Körpergröße, ist auf jeden Fall da, Kopfballpräzision, das heißt, wenn von links in die Flanke kommt, okay, der läuft rein, zack, auch beim Matschland-Kopfballtor, das da eben am Start ist. Aber, noch nicht viele Games gemacht, zwölf Games hat er jetzt als Auswechslspieler gespielt, sieben Tore, eigentlich eine gute Quote, und van Persie auch für sieben Games, die jetzt reingekommen ist, fünf Tore und vier Torvorlagen. Also, ihr seht auf jeden Fall, die sind relativ frisch, Berbatov vor allen Dingen am frischesten, sozusagen, den ich jetzt da auf der rechten Flügelposition mal getestet habe, als Auswechslspieler. Dann haben wir noch zwei Slots, quasi ready to go, die wir am Start haben, und die werden tatsächlich interessanterweise mit zwei Positionen, die ja im Endeffekt nicht wirklich eingewechselt werden, aber so quasi als, ja, als Notlösung mal drauf sind. Das ist zum einen Kimmich, weil er einfach eben auch Rechtsverteidiger spielen kann, ich theoretisch auch ihn als IV mal hinstellen könnte auf Krampf, falls mal jemand rot kriegt oder whatever, oder eben auch im ZDM dann eine Option, falls irgendwie da mal was passiert mit der roten Karte, und dann nach wie vor tatsächlich auf der Bank, wieso, weshalb, warum, fragt mich eher nicht, aber wie gesagt, er wird eben jetzt aktuell nicht eingewechselt, das ist irgendwie nach wie vor noch Aubameyang, wieso, weshalb, warum, fragt mich da nicht, aber Kimmich und Aubameyang sind auf jeden Fall da auf der Reservebank. Ja, und so sieht aktuell mein Squad aus, ich habe jetzt mal hier gerade Aubameyang mit Kane einfach noch gewechselt, aber wie gesagt, das ist ein Geben und Nehmen, und ich habe jetzt hier auch mal anstelle von Kimmich Cafu reingepackt, aber auch das ist ein Geben und Nehmen, also die zwei Slots sind wie gesagt eigentlich immer frei, fest sind nur diese fünf Slots, und der Rest ist eigentlich immer mal ein Wechseldich, keine Ahnung, je nachdem, was halt gerade zur Verfügung steht, muss ich euch ehrlich sagen. Wichtig ist noch hier der Manager, der dann eben auch Fullcam für Rolfo gibt, also da kommen wir dann auf die 33 Team-Schmie. Also das ist elementar wichtig, und falls ihr jetzt eben das ganze Game auch mal, beziehungsweise mich im Game sehen wollt, wie ihr da das ganze zocken, dann kommt wie gesagt gerne mal vorbei, auch bei Twitch, da bin ich ja immer live, vor allem Samstag dann von 12 Uhr mittags bis 15 Uhr 30, und diesbezüglich noch kurze Information auch hier, auf dem Hauptchannel, kurze Werbung, und zwar habe ich gestern tatsächlich einen neuen Channel eröffnet, und zwar Archie Gaming Uncut. Ich packe euch den Link mal unten in der Beschreibung rein, dann da werden jetzt eben, ja, die Livestreams nach und nach eben quasi als Archiv, oder wie es auch immer nennen wird, als VOD, eben dann online kommen nach und nach. Ich habe jetzt noch zwei Monate quasi auf der Speicherkarte sozusagen ab dem Start der Futures das Promo bei Twitch noch gespeichert, das heißt, damit starten wir rein, vielleicht ist auch heute schon das erste Video online gegangen, oder die ersten zwei, und dann werden auf jeden Fall die nächsten Tage weitere Videos folgen, und ab Freitag ist der Plan, wenn dann eine neue Promo beginnt, dass dann auch dazu dann eben quasi daily sozusagen das VOD erscheint. Falls ihr also Uncut, die Streams im Nachhinein vielleicht auch komplett voll sehen wollt, speziell vor allen Dingen auch die Samstag-Livestreams mit dem Team, mit dem Craften, mit dem Griten, kann ich euch schon mal empfehlen, auf jeden Fall ein Abo dazulassen bei dem Archie Gaming Uncut Channel, das kurz vorweg, und wie gesagt, da wird auf jeden Fall dann in nächster Zeit regelmäßig Content kommen, und wie gesagt, stand jetzt noch die letzten zwei Monate quasi, wird auch hochgeladen, mit dem Start der Future Stars Promo, und den restlichen, die eben in den letzten zwei Monaten kamen. Also könnt ihr euch drauf freuen, Freunde, schaut auf jeden Fall mal vorbei, falls ihr da generell Interesse habt, am Uncut oder am Streaming Content, an so einem Archiv, ich finde es auf jeden Fall extrem nice, und von euch kam der Wunsch teilweise auch, wir haben es oft mit dem Stream besprochen, und ich dachte, da müssen wir eine allgemeine, eine einzelne Anlaufstelle für euch machen, anstatt dass ich jetzt den Hauptkanal oder den Clips Channel damit voll will, habe ich gedacht, komm, machen wir dann einen separaten Channel draus, und dann ist das meiner Meinung nach auch einfach clean. Ja, also das auf jeden Fall statt jetzt mein Main Squad, jetzt die Frage raus an euch, wie seht ihr das Ganze, können wir das Ganze noch upgraden? Ja, nein, vielleicht, ihr seht hier schon auf der Reserve so ein paar Leute, die ich einfach mal so drin habe, ich weiß gar nicht warum, wir können die mal gerade hier zack einfach mal rausknallen, gerade, ähm, auch Robo Mayang, lange gezockt, ihr wisst Bescheid, wenn ihr nur mal in das alte Video reinschaut, packe ich euch auch noch mal oben rechts ein, aber ihr seht, wen habe ich denn noch alles im Verein? Klar, die Lose lassen wir jetzt mal außen vor, Prinz zum Beispiel, die ist ja so günstig, ne, und ich dachte, komm, vielleicht testen wir die mal, die hat ja auch Kopfballpräzision relativ hoch und so weiter und so fort, keine Ahnung, ob ich die mal testen soll, aus der Bank aus oder whatever, Fernandes ist auch weg, gar nicht mehr auf der Bank, könnten wir auch auf die Bank packen, Viali haben wir gestern frisch gezogen, den werde ich auf jeden Fall auch mal testen, die packen wir am besten gerade mal drauf, zack, wenn ihr mal sehen wollt, wie ihr spielt, ähm, und dann haben wir die ganzen Lones, die lassen wir übrigens auch mal außen vor, Nesta wäre dann hier neu am Start, dann wieder die Lones runter zu De Bruyne, dem ganzen SBC-Futter, Würz haben wir hier mal geupgradet, Evo-mäßig zeige ich euch auch gleich, was noch mal weiterer Plan ist, Donnarumma haben wir da am Start, Courtois, Del Piero ist hier die, äh, Wildcard-Icon, Cafu, wie gesagt, die Basis-Icon am Start, viele Fantasy-FC-Upgrades, die auch hier am Start sind, und ja, vielleicht seht ihr hier, wie ich gerade alles hab, hier auch dann, Komma-Kin, Rositzki, x-mal schon gezogen, Cola, Al-O-Weiran, die SBC auch schon, weil die Xavi Alonso aus den Zielen, und so weiter und so fort, Packschießzungen, ähm, ja, paar Kandidaten da, dann kommen wir hier zu den 90er-Gerateden, ja, und wenn ihr seht, wie es vorher war, hier, Ronaldo auch Evo gemacht, könnten wir auch mal, dann offiziell testen, haben bis jetzt nur die Evo sozusagen gemacht, CR7 vielleicht auch mal draufpacken, äh, Schick hab ich dann auch schon davon gemacht, es lief aus, und dann hab ich gedacht, komm, nehm ich einfach mal Schick, 1,91 Körpergröße, Kumpfepräztin, Sprungkraftbring auch mit, so für den Spielstil, den ich habe, dann ne neunsterne Schick-Karte, hab ich gedacht, komm, machen wir den einfach mal in die Evo rein, zum Beispiel, Okafor, Sergio Gomez, haben wir auch die Evo gemacht, dann hier die ganzen Fantasy-FC-Upgrades, also wie gesagt, die Alternativen sind natürlich extrem da, ne, Lobotka hier mit dem Upgrade, Sanchez hier mit dem Upgrade, jetzt seht ihr grad nicht, zack, es sind so auch teilweise, Collector-Dinger, ja, die man dann vielleicht auch wieder für den Cup machen kann, wir haben jetzt Insidious sozusagen aus den Zielen mitgenommen, könnten wir auch mal beispielsweise testen, aber, ihr werdet jetzt auch gleich sehen, ein paar SBCs, die ich ready gemacht habe, warum hab ich die ready gemacht, vielleicht erklär ich euch doch auch kurz, die hab ich einfach ready gemacht, für einen Cup, ja, seid ihr euch ganz ehrlich, ja, die ganzen 89er-Gerateden, oder jetzt auch gleich SBCs, die wir kommen, Chormeni hier mal eine 89er-Gerated-Karte rausgemacht, die spiel ich ja nicht wirklich, in meinem Main-Squad, wie sie ist, aber wenn man Cup kommt, mit irgendwelchen Voraussetzungen, nur eine Nation zum Beispiel, dann hab ich die Option, eben mit mehreren zu gehen, ihr seht hier die ganzen 89er, die am Start sind, auch teilweise durch Ziele bekommen, Williams und DSBC, hab ich jetzt vorgestern, glaub ich, ready gemacht, einfach mal gemacht, ich würde ja niemals ingame spielen, aber vielleicht für einen Cup, wenn es mal irgendwann relevant wird, jetzt vor kurzem, witzigerweise, Rafael Jaro gezogen, den Team of the Week, der ja aktuell am Start ist, könnte man das davon auch mal testen, oder hier Raikert, eigene SPC, einfach, dass wir das Futter abgeben konnten, einfach auch ready gemacht, noch nie gezockt, ja, und dann die ganzen Team of the Weeks, klar, brauche ich euch nicht sagen, und dann geht es zu den 88er, auch da wieder Icons mit dabei, Evos, die wir teilweise gemacht haben, ja, und hinten dran schon sind, Sissoko, und so weiter, und so fort, und die war natürlich für den, wo wir 88er-Gewerde-Spieler nur zum Beispiel reinknallen konnten, war es natürlich perfekt, ja, wir konnten Ballack, wir konnten Aubameyang reinknallen, und hast du dich gesehen, also das war natürlich extrem gut für so einen Cup, und deshalb teilweise auch so eine Collector-Geschichte, und wie gesagt, dadurch, dass ich eben hier, ja, im Endeffekt, eine Road to Glory habe, eine Untraded Road to Glory, habe ich da halt einfach auch alles mitgenommen, ja, Yoshida zum Beispiel, die SPC, auch noch null gespielt, Harit, die SPC, noch null gespielt, 5-Star-5-Star, der wird vielleicht mal interessant für einen Cup, oder whatever, ja, rein das, hat man mal für einen Cup gezockt, ähm, ja, und so gezielt sich das eigentlich durch hier im Verein. Local Barkio, genauso ein weiteres Beispiel, Ferguson, da habe ich sowohl die eine, als auch die andere Version gemacht, einfach um das Futter abzugeben, jetzt Frischgäste rausgekommen, Inder, auch schon ready gemacht, mit dem ganzen, ja, Futter, was man hat, hier die ganze Team-Oft-Wixen, die auch abgeben werden wollen, und da geht es schon zu den 87er. Ihr seht also, der Verein ist voll, voll, voll und noch mal voll, und wie es halt so ist, ja, es ist jetzt quasi kurz vor Team-Oft-The-Season, und man hat so viele Alternativen, auch die jeweiligen Positionen, es geht einem nicht aus, es geht einem nicht aus, und ich könnte jetzt Rafael Leao oder CR7, vielleicht irgendwann mal in den Cup zusammenzocken, oder vielleicht einfach mal testen, im Verhältnis zu anderen, aber ganz ehrlich, zu wem soll ich die denn jetzt eher reinstellen, ja, zu wem soll ich die denn jetzt eher reinstellen, und da ist die Antwort sehr, sehr schwierig zu finden, das sage ich euch ehrlich, und dann zu den E-Bus, da sieht es, stand jetzt so aus, die mache ich noch, und zwar aktive E-Bus, Geburtstag Magie 1 und 2, die waren ausgelaufen, abgelaufen, ging nur noch ein paar Minuten, deshalb habe ich die schnell aktiviert, das ist einmal Ys, und einmal Lorient, Ys hatte schon 99 passen, insofern dachte ich, komm, das ist doch relativ nice, dass wir den schon mal dann upgraden können, auf die 90, und Lorient hat sich auch gut angehört, sieht ganz relativ gut aus, ist für Franzose, vielleicht dann auch interessant, mal vielleicht für den Cup, und dann aber natürlich Goretzka, ich habe es schon erwähnt, den haben wir bei Up nach vorne reingepackt, muss ich auch noch machen, 21 Tage da noch verbleiben, sonst habe ich eigentlich vor, keine weitere E-Bus zu machen, beziehungsweise natürlich die for free irgendwann einzulösen, aber da sind noch genug Tage offen, genau, das zu den Evolutions, das eine zum Team, und ich habe es euch eben schon gesagt, ich zocke das Ganze dann eben primär, eben im 4-2-2-2, in-game, also so wie ihr das Team jetzt hier quasi eben seht, gehen wir dann auch mal auf individuelle Taktiken, und dann bin ich eigentlich zu 99% offensiv 4-2-2-2, ja, und das ist dann Kolf und Werner vorne drin, und das ist zwar auch eben auf die ZM, ZM Position, Pires und Rashford, und so weiter und so fort, und falls ihr da, wie gesagt, noch mal die konkreten Taktiken, Anweisungen und so weiter und so fort sehen wollt, geht ihr gerne in das Video nochmal von letztem Monat, da hat sich nämlich tendenziell nichts verändert, ja, also das auf jeden Fall kurz zum Verein, zu den Evolutions, und stand jetzt, für euch nochmal zur Erinnerung, sind wir jetzt eben in Rivals, ich glaube kurz vor Division 2, genau, so sieht es aus, da müssen wir auch dann die Woche noch bis Donnerstag hinzocken, ähm, ist auf jeden Fall der Plan, und dann sind wir auch da wieder in Division 2 unterwegs, ja, sonst Champs erwähnt, habe ich gezockt, äh, Scott Bells, so, hier und da ein bisschen Punkte, kombinieren das mit Zielaufgaben, mit Evolution Aufgaben, ja, und sonst gibt es ja aktuell in Zielen eben nicht viel zu tun, das ist ja im Endeffekt gerade das Traurige, das, was wir jetzt auch eben machen, ist, und dann haben wir wieder einen neuen Spieler, ist, und das habt ihr wahrscheinlich teilweise dann eben auch, ist, äh, die Tatsache, dass wir im Seasonal Tab, da haben wir ihn am Start, und zwar Columwani, eben jetzt machen, jetzt wo wir Insinia am Start haben, können wir das auch noch machen, kriegen dann wieder Futterpacks, und dann eben Columwani, haben wir eine weitere Kandidat, eine weitere Kandidat am Start, die wir dann eben, ja, entweder auf die Bank packen, I don't know, ganz ehrlich, 4 Sterne, 5 Sterne, das sieht natürlich grundsätzlich gut aus, wir werden ihn mal testen, wir werden ihn auf jeden Fall mal testen, 15 Tage noch zu machen, das ist eigentlich so die Sache, die ich jetzt zum Nächsten angehe, mit den drei, und dann vielleicht eben mit den eben gezeigten Evolutions, die ich noch machen muss, kombiniert, ja, das ist auf jeden Fall das, was der aktuelle Plan ist, mit meinem Squad, das ist der Squad, ich hoffe, er gefällt euch, oder im Endeffekt ist mir egal, ob er euch gefällt oder nicht, mir gefällt er auf jeden Fall, vielleicht habt ihr ja noch eine andere Idee, wie, wen ich da vielleicht eher auf die Bank packen könnte, oder eben, stand jetzt eben schon, in den Main Squad, ihr habt jetzt ein paar Spiele von mir gesehen, die ich eben, stand jetzt im Verein habe, und, ja, das ist auf jeden Fall, Status Quo, vom April, von meinem Squad, und nächsten Monat, wird dann wieder ein weiteres Update folgen, ich hoffe, es muss jetzt, wie gesagt, jetzt einfach jeden Monat zu machen, dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst, also, in dem Sinne, das soll es gewesen sein, mit dem heutigen Bonus Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, lasst gerne Liebe da, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, euer Flo, von Archie Gaming, Ciao Leute!